Noch ist der Laufsteg leer. Dicke Rauschwaden hängen über dem Gelände vor der Vertretung des Freistaats Thüringen beim Bund. Beim diesjährigen Jahresfest der Thüringer Landesvertretung hat sich der Freistaat in Berlin wieder von seiner allerbesten Seite gezeigt. Ein Markenzeichen Thüringer Hausmannskost kündigt sich verheißungsvoll an. Die Menschen kamen in Strömen und genossen Kulinarik und Gastlichkeit. Landtagspräsidentin Birgit Dietzel nahm die Einladung gerne an und traf vor Ort viele Abgeordnete des Thüringer Landtags und Regierungsvertreter. Der Gastgeber konnte darüber hinaus den Politikbetrieb der Hauptstadt mobilisieren und freute sich vor allem über den Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Alle Freunde Thürings machen sich einen schönen Abend und die Männer sollten gut hingucken bei der Mode, falls die Frauen da Wünsche haben, dass sie auch mal dran denken. Große Einigkeit herrschte bei der Wahl der Speisen. Auch die Berliner Regierungschefin muss hier nicht lange überlegen. Es schmeckt einfach, wenn die Thüringer kommen. Die Veranstalter boten einen ansprechenden kulturellen Rahmen. Neben der Big Band der Musikhochschule Franz List in Weimar traten auch die Teilnehmer des 9. Deutschen Chorwettbewerbes des Deutschen Musikrates 2014 auf. Noch vor der Lasershow füllte sich der Laufsteg und offenbarte der begeisterten Menge hiesige Mode. Internationales Flair bei der Präsentation des Apolda European Design Award 2014. Nicht nur er war begeistert, sondern auch er, der gebürtige Thüringer und heutige Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Stadtsicherheitsdienstes Roland Jahn. Beim Jahresfest der Thüringer Landesvertretung 2014 kam jeder auf seine Kosten.